Wladimir Putin wurde mit sensationellen 76% als Präsident in Russland wiedergewählt. Ein Riesenerfolg, nur in der garstigen deutschen Presse liest man vor allem von angeblichem Wahlbetrug, Manipulationen und zahlreichen Verstößen gegen die Wahlordnung, etwa doppelten Stimmenabgaben. Viele fragen sich, warum wird der arme Putin immer so schlecht gemacht? Und wieder kreischen die Medien über Putin. Ergebnis wäre vorher bekannt gewesen, deshalb ist Russland böse. Komisch, ist genauso wie bei Merkel und Steinmeier. Ist Deutschland also auch keine Demokratie mehr? Diese geistreiche Bemerkung wurde von Steffen Königer getwittert, AfD-Landtagsabgeordneter in Brandenburg. Zwei Dinge dazu. Aber die deutschen Wahlen mit den russischen Wahlen zu vergleichen, ist ein schlechter Witz. Die bisherigen Bundespräsidenten z.B. stammten aus unterschiedlichen Parteien oder waren nicht mal in einer Partei. Und die Ergebnisse der CDU bei Bundestagswahlen gehen ständig hoch und runter. Tausende verlassen die Partei, im letzten Wahlkampf wurde sie zwischendurch schon in Umfragen von der SPD überholt und am Ende konnte sich Merkel nur noch mit Mühe in eine große Koalition retten. Vergleich das mal mit Russland. Der Oppositionsführer wird auf offener Straße ermordet, der größte politische Konkurrent wird von der Wahl ausgeschlossen und zufälligerweise werden Leute, die Putin gefährlich werden könnten, immer wieder entführt, erschossen oder vergiftet. Und kann passieren. Peter Bisron jedenfalls, ebenfalls in der AfD, lieferte nach der Wahl eine beeindruckende und wasserdichte Drei-Punkte-Begründung, warum mit der Wahl in Russland alles total in Ordnung war. Aus meiner Sicht war das selbstverständlich eine absolut normale Wahl. Sie müssen schauen, wer diese Wahlmanipulation meldet. Das sind meistens oppositionsnahe Grüppchen. Die Auswertung der OSZE-Beobachter liegt noch gar nicht vor. Und es tätet Deutschland gut, sich jetzt nicht darauf zu konzentrieren, ob da in irgendwelchen entlegenen Regionen vielleicht dies oder jenes formal nicht wirklich richtig abgelaufen ist. Das sieht die OSZE ja etwas anders. Der Vorsitzende der OSZE-Beobachterkommission sagt etwas anderes, als Sie jetzt sagen. Nun, dann haben wir zwei unterschiedliche Auffassungen. Wow! Das hätte Putins eigener Pressesprecher nicht schöner und falscher formulieren können. Gehen wir die Punkte der Reihe nach durch. Die Vorwürfe der Wahlmanipulation kommen also von der Opposition und nicht von Putin. Ja, sag mal, welchem Rätsel sind wir denn hier auf der Spur? Dass sich die Leute beschweren, die beschissen werden und nicht der, der bescheißt. So, was für eine Erkenntnis bitte. Also, nach der Logik könnte man auch bei der Polizei argumentieren. Ist euch schon mal aufgefallen, dass immer nur die Einbrüche melden, bei denen eingebrochen wird, aber nicht die Einbrecher? Mysteriös. Ja, also diese verdächtige Opposition, unglaublich. Und der zweite Punkt ist noch dreister. Ja, die endgültigen Auswertungen liegen noch nicht vor, denn die Wahl war ja gerade erst. Aber ich drück's mal so aus, es gibt schon eine Menge Previews. Allein die Beobachterorganisation Gollos zählte im ganzen Land rund 3000 Unregelmäßigkeiten bei der Wahl. Die OSZE sieht keine richtige Wahl und kündigt jetzt schon an, in dem Schlussbericht, den wir vorlegen werden, wird massiv und sehr deutlich auf die Verzerrungen vor der Wahl hingewiesen. Die Einschränkungen der Grundrechte sind so stark, dass das politische System paralysiert ist. Oder wie AfD man Bistron es ausdrückt, man kann doch gar nicht abschätzen, wie das Urteil am Ende ausfällt. Ja, es könnte alles sein. Wenn Überwachungskameras einfangen, wie Wahlhelfer, mutmaßlich massenweise vorgefertigte Stimmzettel für Putin in die Ohren stopfen, dann ist das offenbar alles halb so wild. Ich weiß ja nicht, wie Peter Bistron so wählen geht, aber ich zumindest werfe meinen Wahlzettel immer selbst in die Ohne. Und es gibt in Russland natürlich auch Wahllokale ohne Kameras, ohne Wahlbeobachter. Und überraschenderweise fährt Putin ausgerechnet dort die unglaublichsten Ergebnisse ein. In kleinen Dörfern gibt es keine Wahlbeobachter. Manchmal haben sie dort eine Wahlbeteiligung von 100 Prozent. Und ebenso viele Stimmen für die Partei der Macht. So etwas gibt es nicht. Man muss es ihm lassen. Putin gibt unterhaltsame Interviews und veröffentlicht unfassbare Pressebilder. Es wundert mich nicht, dass er bei vielen so beliebt ist, aber trotzdem sollte einen das nicht blind machen für die Tausenden Hinweise auf Wahlmanipulation oder für politische Gegner, die von der Wahl ausgeschlossen werden oder auf mysteriöse Weise ums Leben kommen. Es gäbe so einige Sachen, die man an den Wahlen in Russland kritisieren könnte. Aber um noch mal auf den AfD-Mann Bistron zurückzukommen, sollten wir uns mit so was lieber nicht den Kopf zerbrechen. Wir müssen mal überlegen, was sind die deutschen Interessen in der Beziehung zu Russland. Wir haben unsere Exporte zu sichern. Also wir sollten auch richtig gewichten in Bezug auf Russland in unseren außenpolitischen Prioritäten. Dann sollten wir sagen, im Fall Russland, Menschenrechte sind uns da nicht ganz so wichtig, Exporte sind uns wichtiger. Wir sollten auf jeden Fall eine pragmatische Politik verfolgen und dem das richtige Gewicht geben. Seht ihr, und hier hört die Argumentation für mich irgendwo auf. Also wenn du fest davon überzeugt bist, Manipulation hat's nicht gegeben, alles nur Fake News der westlichen Lügenpresse, dann okay, glaub an, was du willst, mach das. Kleine Anmerkung nur kurz, diese angeblichen Lügenmärchen, die kommen nicht ursprünglich von der deutschen Lügenpresse, sondern die kommen von Bürgern und Aktivisten aus Russland selbst. Die da teilweise unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit alles dafür tun, dass sich in ihrem System etwas ändert. So, aber das wie gesagt nur am Rande. Aber wenn du von der Argumentation schon so weit draußen bist, dass du an dem Punkt ankommst, wo du sagst, ja, also kann schon sein, dass es da diese schlimme Unterdrückung gibt, aber hey, Hauptsache wir können da Geschäfte machen, unsere Exporte sichern, so, dann bist du nicht neutral. Dann bist du nicht pragmatisch, dann ist es dir egal. So, und diese Gleichgültigkeit, diese Geld-vorm-Menschen-Mentalität, diese Profitgier, das ist genau das, was Politik und irgendwo auch die gesamte Welt manchmal so verdammt schwer zu ertragen macht. Bis zum nächsten Mal.